Die Rallye, die wir gestern Nachmittag gesehen haben, setzt sich fort. US-Notenbanker Bostit, Chef der Notenbank von Atlanta, hatte in den Raum gestellt, dass wir ab dem Sommer eventuell doch schon Zinssenkung sehen könnten. Das ist zwar herzlich unrealistisch und würde die Argumentation der Notenbank, auch der von Jerome Powell, im Prinzip über den Haufen werfen. Aber die Kommentare haben trotzdem geholfen, den Markt am Donnerstag nach oben zu schieben. Bostit spricht sich auch dafür aus, dass der Leitzins am 22. März nur um 25 und nicht um 50 Basispunkte angehoben wird. In dem Zusammenhang wird kommende Woche sehr spannend, weil Jerome Powell, Chef der US-Notenbank, seinen Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress ablegt am 7. und am 8. März. Außerdem stehen am Freitag dann die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten an. So die Richtung bei den Renditen stimmt jedenfalls. Es geht leicht bergab. Wir haben heute um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit den Einkaufsmanager-Index, der Dienstleister für den Februar. Ein sehr wichtiger Indikator. Und hier wird man sich vor allen Dingen, wie auch auf der Industrieseite, auf die Inflationskomponente fokussieren, die sogenannte Prices-Paid-Komponente. Der Index soll, der Gesamtindex soll im Vergleich zum Januar von 55,2 auf 54,5 gesunken sein. Alles über 50 bedeutet immer noch Wachstum. JP Morgan sagt, die Daten dürften über den Erwartungen liegen. Dort schätzt man 55,5. Wäre also ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vormonat. JP Morgan lag bei den Schätzungen für die Industriedaten am Mittwoch übrigens ziemlich daneben. Warten wir also ab, wie die Daten ausfallen werden. Sehen wir ein Neuzeichen von Inflation. Könnte es heute nochmal so um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit etwas turbulenter werden. Aber man muss ganz klar sagen, dass in dieser Woche vor allem eins beeindruckend war. Die Renditen der Staatsanleihen sind gestiegen, insbesondere im zweijährigen Bereich. Und die Wall Street hat sich nicht in die Knie zwingen lassen. Der S&P hat die 200-Tage-Linie erfolgreich getestet. Dann die Worte von Bostich, die ausgereicht haben, um die Rallye am Markt voranzutreiben. Das wirft natürlich eine Frage auf. Was passiert eigentlich, wenn die Renditen der Staatsanleihen, die gestiegen sind, den Markt nicht belasten konnten? Was passiert, wenn die Renditen sinken? Wird dann die Rallye an der Wall Street wieder angefacht, insbesondere im Tech-Sektor? Darauf wird man in der kommenden Woche stark achten. Ganz kurz zu den Ergebnissen. Wir haben hier ein sehr gemischtes Bild. Wir haben Dell, Marvel und Zscaler auf der Verliererseite. Dafür Broadcom, C3 AI, HP Enterprises und VMware im Plus. Fangen wir mal an mit Dell, mit dem Schwergewicht. Bei Dell sind es vor allen Dingen die Aussichten, die den Aktienkurs belasten. Das Ergebnis im jetzt laufenden Quartal wird die Erwartungen ziemlich weit verfehlen. 80 Cent Ertrag pro Aktie, fast 1,30 Dollar wurden angepeilt. Und für das Gesamtjahr sei ein Umsatzrückgang von 15 Prozent wahrscheinlich. Die Wall Street hatte mit 11 Prozent Minus gerechnet. Und der Ertrag pro Aktie im Gesamtjahr wird auch die Erwartungen verfehlen. Also Dell unter Abgabedruck, dafür aber eine Broadcom, die kontinuierlich eigentlich seit vielen, vielen Quartalen und Jahren, muss man sagen, immer wieder liefern. Der Umsatz, der Ertrag über den Erwartungen des Marktes, die Aussichten letztendlich gesehen auch leicht angehoben. Der Wert im Plus. Hewlett Packard Enterprises, wirklich beeindruckend. Hier wurden die Ertragsziele erheblich geschlagen und die Umsatzziele auch dank sehr gesunder Margen. Die hat man gut gemanagt, die Margen sind sogar gestiegen. Und das Management hebt die Aussichten für das jetzt laufende Quartal an. Die Aktie also wird an der Wall Street dementsprechend auch im Plus eröffnet. Zahl des Tages im Tech-Sektor, ein sehr kleines Unternehmen, C3AI. Hier lagen die Erwartungen, hier wurden die Erwartungen auch geschlagen. Und das Management äußert sich sehr positiv zu den Aussichten. Das gleiche bei VMware. Auch die Aktie wird an der Wall Street im Plus eröffnen. Es gibt einen größeren Verlierer, Z-Scaler. Schon ein bisschen überraschend, muss man sagen. Denn über 50% Umsatzwachstum haben nicht ausgereicht, um die Aktie anzufachen. Der Wert verliert etwa 10 bis 11% vorbörslich. Die Billings, die sogenannten Billings, lagen nur im Rahmen der Erwartungen. Und das sei daran schuld, das habe den Kursverlust bei der Aktie ausgelöst. Tja, da muss man wirklich sagen, vielleicht waren es auch die Kommentare vom Management, die ein bisschen zurückhaltender waren. Aber im Großen und Ganzen sind die Zahlen eigentlich beeindruckend ausgefallen. Wir haben heute Morgen Analystenkommentare. Moffat Nathanson, kleineres Haus, bleibt bei überdurchschnittlicher Performer, aber senkt das Kursziel auf 220. Stevenson, ein anderes Brokerhaus, reduziert das Kursziel auf 165. Und hier beruft man sich auf die Kommentare des Managements. Man sagt, IT-Entscheidungen, Budgetvergabe ist etwas schwieriger geworden seit Januar. Man schaut genau hin und das dürfte sich letztendlich gesehen auch im Jahresverlauf so fortsetzen. Die UBS empfiehlt First Solar. Der Wert wird auf Kaufen dort aufgestuft. Kursziel wird deutlich angehoben auf 250 Dollar. Und JP Morgan macht sich für Procter & Gamble stark mit einem Kursziel von 155 Dollar. Kurz noch ein Wort zu den Einzelhändlern. Bei Costco waren die Ergebnisse eigentlich über den Erwartungen. Die Margen wurden gut gemanagt. Aber die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte enttäuschen im Februar unter den Erwartungen. Bei Nordstrom werden wiederum die Erwartungen für das Gesamtjahr zurückgesetzt. Und man entscheidet sich von dem Geschäft in Kanada zu verabschieden. Nordstrom Kanada wird dicht gemacht. Das wird die Umsätze in diesem Jahr natürlich auch reduzieren. Aber dafür werden die Margen profitieren. Das Business dort war nicht profitabel. Und die Margen werden dementsprechend in diesem Jahr ein bisschen Aufwind haben. Kurz ein Blick in die kommende Woche. Wir haben nächste Woche also den Rechenschaftsbericht von Jerome Powell. Am 7. und am 8. März, Dienstag und Mittwoch. Dann haben wir die JOLS, die Anzahl der Job Openings. Wie viele offene Arbeitsplätze gibt es in den USA? Die werden am Mittwoch gemeldet. Auch sehr wichtig. Und bei den Ergebnissen wird es jetzt etwas uninteressanter, muss man sagen. Die Berichtssaison ist eigentlich durch. Siena, Crowdstrike. Wir haben JD, DocuSign mit Quartalzahlen. Und ansonsten keine wirklich spannenden Werte. China Tech übrigens hat weiter Aufwind. Der Kaiching Services Index, also die Dienstleistungssparte in China, da gewinnt das Business auch an Dynamik, lag über den Erwartungen. Das Gleiche hatten wir diese Woche schon gesehen auf der Industrieseite. Und auf der Dienstleistungsseite der sogenannte PMI von China lag über den Erwartungen. Das heißt, die Nachrichtenlage auf makroökonomischer Ebene bleibt bei China positiv. Tiefbremsklotz ist die Geopolitik natürlich. Liefert China Waffen an Russland für den Einsatz in der Ukraine. Diese Sorge jedenfalls hängt so ein bisschen über dem Sektor, obwohl sich die Werte in dieser Woche ebenfalls sehr gut schlagen konnten. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns erst wieder am Dienstag. Ich fliege am Sonntag nach Utah, nach Salt Lake City, um eine Psychologin zu interviewen, die Hedgefondsmanager betreut. Wird also ein spannendes Gespräch werden. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Bis dann und ciao.